Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen aber feinen Ankündigungsvideo oder Informationsvideo, das ich anscheinend doch nochmal drehen muss. Also, hier seht ihr eine kleine Übersicht über meine Uploads. Momentanigen Uploads. Moment, da fehlt noch was. Die müssen noch schön fett. Und zwar seht ihr montags um 14 Uhr Hauptprojekt. Momentan noch Lego Herr der Ringe, soll aber nächsten Montag Neues anfangen. Dienstag 14 Uhr Hauptprojekt. Zusätzlich 16 Uhr Isaac oder Don't Starve. Momentan halt eher Don't Starve, weil das neu ist. Mal gucken. Dann mittwochs um 15 Uhr Pixelmon. 17 Uhr habe ich jetzt ein Fragezeichen gemacht, genau wie Montag. Das heißt, falls wir da auch irgendwelche Projekte starten oder so, werden die dahin verfrachtet. Donnerstag sowie Freitag 14 Uhr Hauptprojekt. Erneut. Samstag um 15 Uhr Pixelmon. Sonntag um 12 Uhr wie gewohnt Let's Retro. Und um 15 Uhr habe ich nochmal ein Fragezeichen. Das heißt, da sind noch drei Plätze frei. Und zwar da, da und da. Wo ich noch nicht weiß, ob ich da noch ein Projekt reinschmeiße. Falls ihr Ideen habt, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Gerne auch Multiplayer-Projekte. Falls andere Let's Player zuschauen, schreibt es euch doch mal an. Ich beiß nicht. Oft. Also, das ist mein kleiner Upload-Plan. Ja, und ich hoffe, ihr findet immer noch Gefallen an meinem Kanal. Lasst es mich gerne wissen. Wenn ja, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Schreibt mir aber dazu bitte auch noch dann in die Kommentare. Warum denn nicht? Das ist ganz hilfreich. Nicht einfach nur, pfff, schlecht. Also, danke fürs Zusehen und Zuhören vor allen Dingen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Tschö.